Herzlich Willkommen zur geilsten Yacht, die hier auf YouTube fährt, mit Maxi McFly, Gorobai, Chigocraft, Kapuzenwurm, Dalukat, Krabs, dem Biba-Botsdamann, GoodGaming, Zau-Bye-Bye-Bye und Fist. Hallo! Ihr ruiniert den Moment. Ey, mit Kapuzen hab ich noch ne Rechnung offen gegangen. Wir haben geknallt, wir haben geknallt! Alter läuft weg drauf, zerstört die Rechnung offen. Zerstört das. Aber Gomo nicht jetzt, weil wir es weiter sehen. Oh ja, wir sind es ja beide. Jetzt! Mach der da! Werden wir die beiden abgetauschen, oder? Das muss kaputt gemacht werden. Also das mit dem Product Placement, ich glaub die zahlen uns vielleicht nicht mehr so viel. Was? Oh! Machen wir, machen wir aus dem Apfelmann, machen wir den mal im Schussloch. Wer ist denn Apfelmann? Bitte, er. Hast du nicht gemacht. Apfelmann macht was. Apfelmann kann. Apfelmann kann. Kapuzen, wo man. Apfelmann kann. Apfelmann ist es. Confirmed. The Apfelmann can. The Apfelmann can. Anakin. Hey! Boatjof! Was war eine schöne Taube? Hallo, da, hallo. Das war ja eine Friedenstaube, weil ich bin Detective. Friedenstaube? Mhm. I get it, I get it. Gute Huru. Er Lüchenart. Das ist eine ähnliche Sache mit der Friedenstaube, ne? Ah, nein doch nicht. I get it, I get it. Make a fly, was da? Uh, ha, 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 ha. Da ist grad jemand reingelaufen. Achso. Ich dachte, du kannst mir überlegen, ob du da reingehst. Aber man stirbt doch, dachte ich, wenn man da reingeht. Ist das so verbuggt? Ne, wenn du in die Tür eingeklemmt wurdest, bist du da drinnen verreckt. So war das. Ich weiß aber nicht, wer da reingegangen ist. Der da reingegangen ist, ist gestorben. Das war Tautau. Da ist ein Mord passiert. Ich hab Tautau. Der geht hoch, der geht hoch, der geht hoch. Und es ist Kapuze. Nein, 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 nein. Du hast den noch einmal abgeknallt, den da hinten. Nee, nee, das war Tautau, das war Tautau. Nein, das war nicht Tautau. Der ist da nachgestorben. Wenn du mich jetzt beschuldigt. Ey, auf mich nicht mehr, auf mich wird geschossen. Ich glaube, es ist Kapuze. Es ist Kapuze. Nachdem Tautau tot war. Kapuze ist es nicht. Ich wollte ihn killen, haha. Du Dreck. Du Dreck. Kapuze auch noch. Hallo. Ja, Krabs und ich, wir sind safe, ne? Wieso bist du nicht safe? Nein. Weil ich Tautau getötet hab. Nein, das war Krabs. Nee, das war ich. Das war Kapuze. Jetzt werden Beweise gesammelt. Das war Kapuze. Das war Kapuze. Das war Kapuze. Du warst es nicht. Das war Krabs. Das war Krabs. Einer lebt noch, Leute. Unten ist noch einer. Fisk, wer ist hier? Ah, hier, guck mal. Und wer hat nicht geredet? Ne, hallo. Ja, natürlich hab ich wieder nicht geredet. Ihr habt mich doch gemutet im Tee. Nee, es ist nicht. Er redet immer noch nicht. Es ist Nefi. Er redet immer noch nicht. Was ist los mit ihm? Das hier, McFly ist hier. Den hast du doch schon auf dem Gewissen, ey. Nein. Lass mich. Hilfe. Ich glaube, es ist Nefi. Warte mal. Nefi und Dalu können sich doch duellieren. Was war das? Nefi? Stimmt. Nefi und Dalu können sich duellieren. Da, hinter dir. Nefi. Weg da. Ich soll mich duellieren. Oh, wie fies. Warum haben die sich eigentlich nie früher doliert? Keine Ahnung. Weil du nicht safe bist, Goro. Eigentlich warst du wirklich nicht safe, Goro, oder? Ich hab doch Tautau getötet. Ne, das war Krabs, oder? Ich glaube, es war auch Krabs. Nein, ich hab ihn nicht getötet. Tautau war schon bei Goro bei, ja. Bin ich eigentlich gebabied worden, oder? Ne, Harpune. Soviel dazu, Grants. Zu deiner Detektiv-Fahrung. Ich hab das urkake von dir, Grants. Ich fand das urlustig. Vor allem fällt ja um, nachdem Tautau schon lange tot war. Und Kapuze kommt um die Ecke so. Ja, weil ich erschreckt bin. Nervösen Fingern. Ja, wir sind zwei, drei, so. Er ist direkt. Er ist direkt. Er ist direkt. Er versucht zu lügen. Kapuze, nächstes Mal hängst du den Schild umhaken. Ihr macht mir so einen Druck jedes Mal, da bin ich immer ganz erschüttert. Shit, eben war der Schild. Er ist verschüttet, schüttet. Was hast du verschüttet? Ey. Wenn du frech bist, weiß. Wo willst du denn hinfisk? Durch den Traitor? Ich hab keine Ahnung, was hier im Bedroom ist und was nicht. Ja, du siehst doch bestimmt so einen Finger. Wieso guckst du denn da so hin? Alter, in der Tab, lass mich vorbei. Ich hau Fiss nicht. Der Finger ist oben drüber. Fiss nicht auf hier. Haha, siehst du? Er hat's gesagt. Detective, ich möchte vormerken, es könnte Fisk sein. Was ist denn weg? Den runtergefallen. Willst du es haben wir schon? Will dich nicht töten. Ich will die Bluboxen. Shame. 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 Ja, da hat einer geschossen jetzt. Ja, da hat einer geschossen. Was? Scheiße. Dalu. Dalu ist es shame, Dalu. Shame. Shame und Dalu. Shame und Dalu. Shame und Dalu. Aber ich weiß, was er jetzt strafe hat. Da ist sie! Da! Wer hat mich geschumpst? Wer war das? Wer hat mich geschumpst oben? Das war McFly, ne? Das kann ich... Ich wollte gerade erst... Dalu war Nils. Nee, hier hat... Ich hab eine in der Harpune. Hey, halt. Ja, ich hab sie mir... Ich kam grad von unten. Dalu... Hier ist eine Harpune. Ja, eine Harpune hängt da in der Luft rein. Der war's hier. Warte mal, wir können an dem Winkel errechnen, wer die geboren ist. Dalu ist es. Nein, du hast mich runtergeschubst. Achso, ja, deswegen. Ja. Und dafür... Ja, okay, wir sind quitt. Wir sind quitt. Wir sind quitt. Aber er schießt doch nicht auf den Detective, Leute. Das kann ich mir nicht erzählen. Oder hätte ich ihn jetzt erschossen? Nils... Nephi hat dir grad einen Rücken geschossen. Aber was? Ja, okay. Es ist Tau-Tau. Ja! Scheim! Mike! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Geh weg, Sigo, geh weg! Oh Gott! Ja, nein! Oh mein Gott! Gib weg, geh weg! Gib weg! Gib weg, geh weg! Nach dem nächsten Rom müssen wir kaputt sein, ob wir recht beschüben! Jaaaa! Gut gemacht, meine kleinen Schlümpfe! Nafi, ist denn auch? Nein! Ich hab... Also, weil Du auf den Detective geschossen hattest. Du hast einfach auf den Detective geschossen. Hast Du mit drauf geschossen! Aber schnell. Auf den Detective! Du hast vor allem auf den Detective geschossen! Ja, weil er da freut haben. Aber wessen Harpune war das denn, die nicht geschossen hat? Meine! Meine, ich hab zu kurz geschossen. Ich hab nix gemacht. Der alte Speerfischer. Ja. Die ist so nett schon, ne. Bist du doch nur Perlen tauchen? Ja, ich wollt grad sagen. Ja, aber man muss halt auch manchmal mit Sperren auf die Muscheln losgehen und auf die Perlen. Was meinst du, wie die sich wehren? Was meinst du, wie die sich wehren, ne? Die Perlen? Was meinst du, wie die sich wehren? Robert merkt keine Ahnung. Da musst du schon so einen Zunahmen. Für was ganz anderes. Hast du das denn gemacht? Die sind ultra gefährlich. Wenn die einen ins Auge springen. Die Mummeln. Die Mummeln. Ich bin nicht mal sehen. Afrika? Ja. Hier sind wir zu, Leute. Wow! Wow! Das war Goro bei mir da hier. Das war Goro bei mir da hier. Das war Goro. Na und? Du weißt, was letztes Mal passiert ist. Ich hab meine Maschine. Letztes Mal. Letztes Mal. Das war scheiße letztes Mal. Fist kam hier raus, aber irgendwer muss nach oben gewesen sein. Ja, aber die Fist. Wir sind nochmal ein Safe-Softiger, oder? Weil die den ja auf uns steht legen. Shame. Shame. Burning Man ist hier oben. Hey McFly, verträumt mich, Leute. Das tut das. Der will, dass wir sinken. Das tut das. Der will, dass wir sinken. Warte. Ja, guck mal. Ich muss die ja frische Tate tappen. Au. Das kann so jetzt wie getan. Tau-Tau ist es auch. Wax, bist du noch hinter mir? Nee, taub bei bei ist es nicht hier. Wieso muss ich denn jetzt Tau-Tau hinter mir haben? Auf mich wurde eine Plasma geschmissen. Also, wo hast du sie jetzt gerade sein? Aber die wurde Fisk hinterher geworfen, Detective. Ja, aber wenn der Traitor das gewesen wäre, und ich Traitor wäre, dann hätte er mal T unten gesehen und hätte nix geschmissen, oder? Oh. Wenn man drauf an, wer es war. Bist du denn Traitor, Tau-Tau? Nein, bin ich nicht. Hey, wo bist du hin? Da ist die Hils. Au. Hier ist eine getrasert. Ja. Gut so. Hier ist einer geschmissen, Alter. Ja, nochmal. Ich gucke einen Film, ey. Einen Porno, haben wir gesagt. Ich gucke einen richtig guten Film, Leute. Kommt doch mal hier ins Theater. In das Theater, wo gerade der Friendship eingeschlagen ist. Du hast den Friendship gezündet. Nein, hab ich nicht. Ich hab's doch gesehen. Oh. Wer steht denn da und hat geschockt? Ich hab ihn gewechselt. Ja. Zufall, wie hast du gewechselt? Ich hab ihn gewechselt. Schiff zu sehen. Doch, Leute. Aber falsch bin ich jetzt hier. Ey, keiner kommt ins Kino. Wo ist das drauf? In welchen Film denn? Da hat mich angeschossen. Ja, siehst du ja dann. Grabsy hat sich auch was gegönnt. Da hat mich angeschossen. Das ist ja eh. Ich komm ins Kino jetzt. Ah, gut. Guck mal, guck hier. Nein. Oh, Junge. Ah ne, Moment. Fist hat vorhin Shit gesagt. Guck mal. Der läuft heute ein richtig cooler Streit. Das ist doch unser Film. Wir haben mein Leben verdient. Wir haben mein Leben verdient. Der Angler. Gaming, hast du gerade unseren Detektivoren getroffen? Der Fist. Der ist schon länger im Load tot. Der ist schon länger im Load. Der ist schon länger im Load. Sorry, 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 sorry. Hat hier einer geschossen? Ja, ich war das. Hier auf dem Schachbrett steht die schwarze Dame auf dem weißen Feld. Nein, sowas macht man nicht. Aber mir hat einer von der Seite eingeschossen. Aber mir hat einer von der Seite eingeschossen. Man muss doch auf die Details achten. Das ist echt mal. So nicht möglich. Wer hat alles in der Schraut? Ich hab ne Schraut. Ich hab ne Schraut. Ich hab ne Schraut. Hast du mal in der Seite eingeschossen? Shame. 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 Wenn du irgendwann bei Kino warst, dann kann ich das gewesen sein. Wo ist das Sünder? Nee, war ich glaube ich nicht. Hey. Dalu? Au! Wer ist es? Wer ist es? Ich glaube... Nein, warte mal, wer... Warte mal, Dalu? Ist es da? Ich hab Shigo gekillt. Nein, du hast doch gerade selber Dalu gesagt, Kapuzzo, oder nicht? Leute, ich hab Shigo gekillt. Nein, ich dachte, er ist es. Ja, dann ist Dalu safe. Shigo hat Fist getötet. Ich hatte den DNA-Skinat von ihm aufgehoben. Ich geh jetzt aus dem Ding ins Rauch. Ja! Ah! Ich glaub, Dalu ist gerade gestorben. Mhm. Ey. Am Fade. Ja, am Fade. Am Fade. Am Fade. Also, McFly. Oh! Warte mal, was, was, was... Warum? Nee, nee, ich glaub nicht, dass es McFly ist. Also, ich hätte zumindest keinen Grund, das anzunehmen. Nee, ich nämlich auch gerade nicht. Wo ist denn der letzte? Aber... Warte mal, der ist gerade bei mir um der Weg. Also, du warst halbes Leben. Ich hab mich in den Shotgun jetzt schon dreimal weggefügt. Ja, Dalu hat das vorher schon auch... Oh, Dalu! Ja, 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 wir wissen genau, wir waren... Peter Pohlecker. Da! Ja! Was war das? Der kann... Oh! 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 P 8360 No-Scope! Oh! Oh! 천Every, motion couple! Komm, nichtЮっと. Boaaafe! Ich hab ne Traitor gekillt. Jaach! Du hast ne Friendship simuliert! Von beiden Sekunden! Oh! Oh! Zufällig, da hat er die Faust in die Hand gehabt, auf einmal kommt ne Friendship... Oh, Tau! Ja! Das war mein Chain! Ich hab ne Traitor gekillt. Missin harm und du dran! Heute gibt es hier den neuesten Film für euch, Premiere, ihr könnt hier... Ja, Tau Tau! Leute, wenn einer von uns drei ist, töten wir Tau Tau, okay? Und der andere hat nichts gesehen. Keine Zorgen. Sollen wir trotzdem Tau Tau töten, weil es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er es ist? Stimmt, wenn es jetzt keiner von uns ist. Ja, von uns drei ist es keiner. Das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Was sagst du? Muscheln mit Ausland oder so. Mach den fertig, ich bin leider schon weg. Wie sagt ihr das? Wie sagtest du lustig? Ähm... Nein, was ist... Ja, wie nennt sich das noch? Ey, da ging jemand den Töten drauf rein. Nils will hier den Schachmatz setzen. Ich überlege gerade, was falsch an diesem Schachbrett ist. Ich glaube, Schwarz und Weiß ist hier Phasen verschilden. Ey! Ey! Was? Das war Goro! Nee, er hat die goldene Diegel auf dich geschossen. Achso, okay. Nein. Nein, hat er nicht. Nein. Jetzt ohne Scheiß, ich bin selbst getaktet und das war kein goldene Diegel Schuss. Die goldene Diegel liegt auf dem Schachbrett. Da liegt sie. Was, Kapuze? Goro hat sie. Ich hab sie hier. Ich hab die goldene Diegel. Hier liegt da an sie Krabs. Ja, und hier sind noch beide Schüsse drin. Das ist schön. Ja. Aber er hat... Er hat auf... Dann bin ich safe. Wo ist denn eigentlich der Schachbrett? Was? Na ja, Weiß müsste hier ausbauen. Ja, hier. Oh! Warte mal. Leute, das ist mir zu heiß. Kapuze ist gerade abgeben. Nee, der... Nee, das ist doch... Nee, das ist falsch. Falsch rum. Nee, das hat recht. Kapuze! 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 Oh! Fisk, man! Was ist? Fisk auch! Was? Bitte? Hey! Guten Tag! Was ist hier? Was ist hier los? Was machen sie da? Aprelig... Aprelig... Aprelig ist das Tau wie ein... Nein, ich bin gerade... Hier eine Erleuchtung. Tau-Tau auf alle Fälle. Aha! Es ist... Es muss Tau-Tau sein. Er war im Traitor-Raum. Ja, genau. Ach so, okay. Das war sehr froh, der im Traitor-Raum gewesen ist. Hey du... Du Mongolite. Ne kleine Mongolite. Ruf mal zu. Wer? Du hast... Mit mir ist da hingauen. Und hast du gesehen, dass wir... Wir haben beide gesehen... Shit! Turtletrap! Ne Turtel... What? Anscheinend ne Turtletrap irgendwo. Ey, der wurde umzingelt von ganz vielen Schildkröten. Die haben mit meinem Mann gegriffen. Hey, Phil, du bist es. Nein! Ach, geh doch weg, ey. Es ist Tau-Tau-Capuze. Das ist Boxster. Nein, ist er nicht. Ich wollte ihn ärgern. Ach so. Ich glaube, er verriegt sich jetzt. McFly ist nicht vertrauenswürdig. Nein, bin ich nicht. Oh, Boxster. She got ne Shotgun jetzt. Nein, jetzt hab ich ne Shotgun. Das war's. Ey! Nefj hat auf mich getroffen. Nefj hat auf mich getroffen. Oh, der Scheiß Shotgun endlich. Yay! Das wäre jetzt ganz schön schade, wenn dann ein Plasma fliegen würde. Oh, oh. Ich glaub kaputze ist es. Ich glaub, Goro ist es. Es passiert nichts. What the fuck? Nefj ist frei zum Abschluss. Ich bin Detektor. Ey, was willst du, Stigo? Das hab ich gesehen, mein Freund. Oh, Turtle Relate. Ja. Nefj frei zum Abschluss. Nicht vergessen, Nefj. Okay. Nefj hat's. Weiß gar nicht warum. Oh crap, ey. Du hast die Taube geworfen und ich leb immer noch. Ich hab nix geworfen. Ey. Nefj. Nein, ohne Scheiß. Ich knall dich ab. Nein. Ich knall dich ab. Du bist dann sogar von der Leiche weggerannt, nachdem sie von der Taube explodiert ist. Ich war das nicht. Da stand Nefj. Ja, was weiß ich. Ich war das aber nicht. Da stand Nefj. Ich hab dem kein Wort, Nefj. Da stand Nefj. Da stand Nefj. Da stand nie. Wo ist der der böse Bub? Wo ist der Nefj? Leute, knall dich ab. Hey, Krabs, was hast du da? Hallo. Ich hab keinen Namen. Ha, so, man ist doch schon tot. Nefj. Krabsj. Oh. Wo ist der Nefj? Ah, Gott. Die wird streiten. Das ist sie. Und jetzt ist kein Nefj noch ab. Ja, wo ist er? Nefj ist ja eh wieder im Traitor Room. Er chillt jetzt erstmal ne Stunde. Ja. Im Traitor Room? Im Glück hat er nur noch 6 Minuten. Hey, das war unfair. Das ist ja gestorben. Ja. Ja, da. Ja. Ähm. Warst du das kaputte? Nein, das war bestimmt Fate von Krabs. Was ist mit TauTau? Ich bin safe. Ich bin das nicht kaputte. Ja, okay. Nefi ist es. Das haben wir jetzt mittlerweile verstanden. Aber es fehlt immer weiter. Es ist der Nefj. Es ist der Nefj. Der Flocken Baby. Von wem? Ja, ich weiß es nicht. Von Nefj. Ne, es war Botster. Nein, Goro. Nicht, nicht. Ich weiß, was du gesehen hast. Aber ich hab ihn verfolgt. Ich weiß, was du gesehen hast. Ich bin der Mann jetzt ist Botster. Aber ich bin es nicht. Nein, Goro. Wirklich nicht. Ohne Scheiß. Ich bin es nicht Goro. Okay, danke. Goro, glaub ihn nicht. Ah, Nefi, hast dir glaub ich am allerwenigsten. Dir glaub ich nicht mal das Datum, Nefi. Du bist schon gemein zu mir, ey. Nefi, du stehst schon lange auf Suspekt. Nein, aber ich glaub auch, dass es Nefi ist. Das war daneben, du Arsch. Bratze. Ey. Ey, wer hat Krabs getötet? Ach, der ist Traitor gewesen. Wieso bist du so schnell, Shido? Hä? Weiß ich nicht. Weil sie die Detective Boots hat wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, ich hab die Detective Boots. Ja, ja, ja. Ich muss das sagen. Ey, Grant, bleib stehen. Ich hab die Golden Eagle. Warte. Dann schieß auf Fisk. Bitte? Schieß auf Taubarbeier jetzt. Los, ab! Der schieß daneben. Ah! Hä? Ich seh nichts. Ich seh nichts. Nefi, ich seh nichts. Ich seh nichts. Nefi, ich seh nichts. Nein! Oh Gott! Oh Scheiße! Oh nein! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Jetzt tut's mir leid und tut mir leid, dass... Oh Gott! Den scheiß auf. Ich hab Traitor getötet. Alter, war das knapp, Jungs. Es tut mir leid, wir flex. Oh no! Oh! 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 Ach nö! Er hat den Scheiß gezogen mit, ey! Sag hallo! Darum schmeißt er die Dosen weg! Ne, ne! Das sind Bierdosen von Grant! Ja! Der Alkoholier! Der Alkoholier! Der hat sich dort einen Zentimeter bewegt! Oh! Oh! War sein Stuhl, der jetzt eingewollt! Sein Bierdosen-Tron. Goro, ich hab doch keinen Pfannen drauf! Ach so! Ich hol dir mal aus Holland! Oh Gott! Ah! Deswegen stehen die ja so lang! Ah! Scheiße! No! Fuck! No! Scheiße! Was schießt du da? Nein, Goro, ich weiß, was du gesehen hast! Ich bin hinter Nephi hergerannt mit dem Messer! Ja, Bots, aber ich war auch grad ne Sekunde so, Bots, da ist es doch auch! Nils hat ja die Improoven auf ihn geschossen. Ja, ja! Übrigens muss ich mal einen Fehler berichtigen, das schafft heute es doch richtig! Er hat's gegoogelt! Oh mein Gott! Nein, ich hab bloß da nur mit König verletzt! Er hat's gegoogelt, wie's aussehen muss! Ich dachte grad echt, mein Swarboard ist verpackbar! Ich könnte jetzt sagen, dass ich das weiß jetzt! Das ist doch nicht klar, aber ich kann doch nicht sagen! Nein, sagst du so nicht! Ich hatte erst so Schiss, ne, das ist ja cool als Goro! Obwohl ich das selbst sah! Ja, das ist mir dann auch erst aufgefallen! Ach so, Oma! Ich hab ja glücklicherweise getroffen! Ach, du wolltest mich wieder berühren! Aber ich hatte das ja gesehen und dachte so! Ja, ich weiß! Ja, ich hab ja auch schon mal Pumbara tot! Ey! Ey! Ich wollte nur mal gucken, wie du reagierst! Ich hab mich so schön abgefangen! Meine Waffen! Leute, ich krieg Kopfschmerzen! Ich finde das nicht okay, dass ihr hier in die Rähne ist! Ihr kommt nicht vorbei! Geh doch! Ich bin dafür, dass wir hier die Redepuppe in Finiti einführen! Die Redepuppe? Können wir nicht irgendwie so einen Gesprächsleiter ernennen oder so, der dann immer sagt... Aber was ist, wenn der tot ist? Ja und? Dann benehmen wir den Stellvertreter! Ja, der darf noch mitspielen! Wir machen einfach so eine Rangfolge! Der darf nur spectaclen! Goro! 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 Nicht schon wieder! Okay, dann bin ich jetzt Gesprächsleiter! Ihr habt mich gewählt! Das muss ich erst wählen! Ich tu es hier! Ich bin Gesprächsleiter! Wir können uns hier alle bei dem Schachbrech versammeln und dann sprechen wir das! Ey, nein! Oh, also Nils! Sollen wir jetzt vielleicht noch irgendwo enger zusammen finden? Nein! Soll ich nicht! Wo du noch bessere, bessere Attacken starten kannst! Nee, das reicht eigentlich nicht! Ich hab hier einen Trail, das auf dem Radar... Das ist natürlich schön, ne? Ich bin hinter ihm her! Goro! 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 Oh! Er hat die Tür auch geschossen! Oh ne! Es ist nicht! Nefias! Nefias schon wieder! Tautau! Hab ihn! Lars, da wollte er angeln! Ja, ich hab ihn schon... Oh, Leute! Habt ihr... Shigo kann es bestätigen! Tautau habe ich schon vor zwei Minuten gesagt! Er ist es vielleicht! Ja, zwei Minuten und zwei und zwei Sekunden! Aber hey! Ja doch, Nephi hat es geschossen! Haben wir schon zehn Leute gesagt! Ich werde sterben, Shigo! Du weißt, was zu tun ist! Ja! Warte! Ich hab... Hast du noch Punkten? Na, wahrscheinlich nicht! Oh! Oh Gott! Oh! Du hast ihn gestompt! Oh! Ich glaube, das war es aber du, Bots, da! Ja, ich kam doch hier unten raus! Standest du nicht mit auf dem Lift? Ja! Ja, und ich glaube, du hast ihn zu nah an die Wand gequetscht! Auf jeden Fall ist er da ran gestorben! Ups! Ich hab dir meinen Credit geschenkt, den ich noch hatte, Shigo! Goro hat es ja verdient! Danke! Was? Ihr Poro umgewaschen! Turtleneid! Goro, hier, spiel mit denen! Turtleneid! Du lebst noch, oder? Ja, ich lebe noch! Es ist noch ein bisschen Feuer, damit die... Jetzt werden sie aktiv! Goro war schon immer ein großer Tierfreund! Turtleneid! Ah! Oh! Darf ich dich aufspießen? Hilfe! Die greift mich an! Du lachst? Da kam die Schildkröte! Willi! Greift da mit ne Turtleneid an mit dem Speer! Nein! Die Arme! Oha! Hier für so'n Kapuze! Nefi! Schmeißt den Wal zurück ins Meer! Es waren nur zwei Leute hinten am Schiff! Eigentlich hätte es klar vermissen, wer die scheiß Deans geworfen hat! Ich war doch auch da bei der Turtleneid! Aber es können doch welche oben gewesen sein! Ich glaub der Kapuze war's! Nein! Ich war doch auch da! Oben war auf jeden Fall jemand! Ja oben war ich! Oh! Aha! Aha! Ja genau! Als Strader würde ich natürlich jetzt auch sagen, dass ich da oben stehe! Damit ihr mich jetzt ne? Oh! Was war's du? Warum wolltest du mich killen, Grants? Wenn du da einfach rein rennst! Ich wollte hier raus rennen! Schieß ihn ab ey! Los! Aber Nefi kam auch von oben! Aber Nefi kam auch von oben! Ich war unten! Als die Turtleneid fiel! Hey! Ey! Was schießt der? Ja wie er gesagt hat! Wir sollen uns bestimmen! Ich hab doch nicht mal geschossen ey! Ja aber du hast okay gesagt! Ich glaub es ist Dalu Leute! Der ist in den Traitor Room reingeraten! Tautau gekillt! Nefi ist es! Nefi! 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 Du Traitor bist! Aber was ist mit Krabs? Du hast grad wen vergiftet! Was ist mit Krabs? Du hast grad wen vergiftet! Was ist mit Krabs? Was ist mit Krabs? Es ist mir geil was mit Krabs ist! Du hast wen vergiftet! Brenn in der Hölle Maxi ey! Nefi! 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 Ach so ein Schwachsinn! Körs ist tot! Haha! Einer deiner typischen Tage! Ja! Tage! 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 War das geil! Er rülpst und fällt einfach um! Der Alkohol kann tödlich sein! Harte Nacht! Tage! Warte, warte, warte! Warte, warte so hochprozentig das Tage! Rülpst und fällt um! Der Alkohol kann tödlich sein! Don't drink and drive Kapuze! Ehh! Don't drink and fade ey! Warum hat doch nicht vorher schon jemand auf Kapuze geschossen? War doch konfört! Ich hatte ja nur noch so ein paar Legen durch die Dörren! Riesig! Du warst auf den Maxi! Nefi! Der! Der! Dalu macht da den Koro und bret einfach in so ein Dürr! Ja war doch nicht von mir, Mann! Ja war doch nicht von mir, Mann! Ja, aber du wusstest, dass ich das Sehen mit Kapuze! Was denn? Der Duffy soll doch jetzt schon mal sich einhören! Als ich gesehen hab, dass du vergiftet bist, hat sie eh schon ne Kugel von dir sitzen, Maxi! Ja, weil sie auf den nächstbesten der O-B-Taste hat! Hallo, Talu! Hallo! Tau, Tau! Nils, hast du da? Geh schöner an den Rand! Schöner an den Rand! Ne, du willst mich zu töten durch irgendeinen Bug! Du versuchst mich zu töten durch irgendeinen Bug! Oh! Du musst E drücken, Fisk! Auf dem Boden gucken und E drücken! Du musst C drücken! Ja, das Ding hat schon so viele Leute auf dem Gewissen! Ey, ey, ey! Na los! Ihr müsst euch ganz nah an den Rand stellen, dann ist es tödlich! Was ist tot? Wurde geschoppt! Er ist aber gestorben mit dem Ding! Wer war das? Wer war das? Nils! Noch einer tot! Hier werden Leute gefressen! Ich kann hier nichts mitnehmen! Nein, Kapuze wird umgebracht von einem von oben! Wer ist da oben am Ende des Schiffes? Ist das dein Ernst? Das kannst du nicht sein! Minderl! Ja! Wurde mit einer Shotgun erschossen! Achso, Jakob! Boah! Friendship! Wo ist der Friendship? Das ist ein Shotgun! Ja! Goro! Das war auf jeden Goro! Happy! Jawoll, du hast ihn! Goro, du hast ihn mit einer Harpune getötet! Das war's los! Das war's! Ciao! Tschüss! 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 Tschüss!